Jo, ein warmes Hallo aus Spanien. Ich bin gestern hier gut angekommen. Bin jetzt hier in Blanes auf meinem Campingplatz. Stehe vor dem Camp. Ich geh mal gerade rein. Gleich gibt's Abendbrot. Deswegen sind die Leute ja schon ein bisschen hungrig versammelt. Ich hab auch Turbo-Hunger. Heute gibt's Chili. Ich werde gegen gefilmt. Wink mal! Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist das schöne Camp hier. Geilo! Und nachher geht's zur Snap, Big Party. Da mach ich nachher auch mal ein Video.